Wir sprechen mal mit dem guten Marcus. Mal sehen, was er da zu erzählen hat. Die Lage in Kingston, die ist bestimmt sehr kritisch. Wir hören uns, dass du nach der Ancestor in diesem Bereich bist. Die Ancestor war als ein Forschungszentrum von den Magistern, bevor es wurde abandone. Ich habe nie gedacht, dass wir wieder zurückgehen. Es hat lange gedreht. Insofern, lasse ich dich nach der Ancestor. Sit bitte. Die Sicherheitsgruppe, das ist Lieutenant Markus von der Investigative Korps. Wir haben die H.Q. von der Ancestor zu öffnen. Die Sicherheitsgruppe, ihr versteht? Das ist Lieutenant Markus von der Investigative Korps. Was ist passiert? Das ist die Sicherheitsgruppe. Wir wollen den Ancestor von der Ancestor. Wir brauchen den Ancestor. Das ist die Sicherheitsgruppe. Wir brauchen den Ancestor. Das ist die Sicherheitsgruppe. Verdammt. Descendant. Es sieht aus, dass die Volgas gekommen sind. Die Kams sind bereits unter. Use den Ancestor, um die H.Q. zu kontaktieren, während ich versuchen, eine Handlung auf die Situation zu bekommen. Auf nach Kingston. Was sind das für Dinger? Was sind das für Dinger? Mission beginnen. Monster Stupe 1. Geschätzte Spielzeit. Zwei Minuten oder weniger. Was? Die Signale werden von innerhalb des Kommunikationszentren getestet. Kann man ja Betrutschen wieder rumlecken. Jaja, ganz komisch. Richtig. Destroi die Ancestor. Diese Basterde. Das fühlt sich nicht wie eine einfache Reaktion. Wir müssen nach diesem Ort befinden. Wissenfroher. Na moin. Hehehe. Bist du hier oben? Hier oben. Das ist Barriere, okay. Mal gucken, dass wir mit den Dingern hier spielen. Geil. Hahaha. Dann kannst du wegboxen. Zwei. Wieso? Das Problem ist halt, dass du wieder hier... Okay. Gib dich zur Einsatzzone. Das Problem ist halt, du weißt wieder halt Null, was du hier... Das Problem ist halt, du weißt wieder halt Null, was du hier... Dings, äh... Wie hieß? Einsammeln. Du musst es in was du denn mitnimmst. Wolltest du ja in die Runde hochspringen? Die Runde hochgesprungen. Komm her. Oh mein Gott, überlebst du das? Achso, das ist schon von, äh... Der. Naja, der Standort hat zwar eine kurze gewesen. Das ist die erste Mal, dass sie so eine große Stabilisierung haben. Wir müssen den Kommunikationsrepeater reaktivieren und den Kommunikationsrepeater von Wachstum. Jetzt ziehen wir gleich durch. Stattbezug. Ich weiß nicht, wie wir jedes 2 Minuten Video hören. Wenn die Mission, dann wirst du sie wieder getrennt machen. Na, wenn die bloße kurz ist, dann zieh durch. In order to reach the communicationsrepeater, we need to secure this base first. They'll be attacking from all sides using their assault shin and transmission devices. Proceed with caution. Ja, ich glaube, das ist ein Online-Modus gleich ein bisschen. Aber jetzt gerade wieder. Kingston being invaded? Hilpverlust aller, krass. Kingstons entire Network has been knocked out by the public. Ja, ich könnte mir vorstellen, das Problem ist, wie bei Outriders wird, dass es, erst mal wieder, Server-Belastungen hat vielleicht. Hm. Aber nicht langer Distanz. Wir brauchen den emergency-Kommunikator zurück online. Ahhhh. Das ist, warum A2 ist so kalt. Ich schaue auf den anderen Outpost. Wo gehe ich hin? Gehe nach die Basin und nach den Theaterruinen. Genau. Die Leiter ist wichtig, dass du bei Outriders irgendwie schon eher die Sachen einsetzen konntest. Deine Skills oder so. Ich könnte mir aber überlegen wie es da geht. Ich kam jetzt ja bloß die Barriere gleich. Ich kam jetzt ja bloß die Barriere her. Das wär schönes. Sind wir überhaupt hier lang? Naja. Ich brauch jetzt einen richtigen Wegweiser. Achso, nein, warte mal. Ja, hier müssen wir rein. Doch hier, die grünen Punkte ziehen, ne? Die müssen hier lang. Ah, sind das vergisst? Ja. Ja, die hab ich schon aufgemacht. Wir werden euch zusammen, wenn die Kommunikationsrepeater reaktiviert wurde. Deploy Barrier. Ja, okay. Da stoppt das Feuer. Wir sollten die Kommunikationsrepeater in der Basis entkommen. Okay, jetzt kannst du dir ja stillen, wahrscheinlich. Okay, du kannst... Ah, okay, du kannst jetzt auf die Waffen, solche wie Waffen-Mods draufbauen, wahrscheinlich. Modul-Einstellungen. Oh, jetzt kannst du schon mal sehen, was es hier alles gibt. Oh Gott, oh. Ja. So, wir können mal kurz ins Inventar reingucken. So, Waffenwechsel. Okay. Gibt's hier ein neues. Bist du jetzt drin? Nein, äh, hier... Baste oben Bürgermenü und dann hier Waffe rein. Ah, okay. Faktisches Gewehr. Pistole. Schwergewehr. Was ist da noch hier? Schwergewehr, okay. Kann ich das reinnehmen? Oh, wirklich. Was ist das denn so rüberziehen? Was ist das in der Plumpe? Schrot-Blinder, okay. Was ist das? Nachfahren. Verbrauchsgegenstände. So, jetzt kannst du hier auch Waffen-Mods draufbauen. Waffen-Liste. Ah, speichern. Du kannst hier noch was draufbauen. Okay. Waffen-Liste. Okay, hier hast du die ganze Waffen-Liste frei. Es wird ja so schade, dass es Funge bei Outriders gibt. hat ziemlich geil dass diese abgespacete Waffen hatten. Okay du hast Kalikos Horn, das sieht ein bisschen krasser aus. Nachfahren Module. Was kann das jetzt überhaupt? Maximal life points plus 22. Ich habe erstmal alles verbaut was ich hier ausrüsten konnte. Die ersten ist ja drüben noch. Reaktor. Brandphasen Reaktor. Okay. Was hast du jetzt alles geändert? Ich habe jetzt Waffen reingeschmissen, dann habe ich die Waffen Mods, nenne ich jetzt mal, draufgesetzt was ich hatte und dann hier drüben den Reaktor. Da kannst du deine Fertigkeiten halt skillen. So, kannst du noch Plätze kaufen. Okay, kannst du nicht mehr reinsetzen. Ja, ein Battle Pass könnte man uns auch noch gönnen. Was? Ja, ja, ich kaufe den jetzt nicht. Ich meine, du kannst den ja kaufen. Okay, mit drei kannst du Waffen wechseln. Okay, ein Snyder und eine Pumpe. Ah, okay, mit langen drei kommst du auf deine Sekundärbehörse, was ja Pumpe ohne so ist. Okay. Die sind gar nicht mal so blöd, die verstecken sich. Wie? Alter, die Sniper sind richtig brutal. Ne, ne, achten. Ja, die nehmen wir uns an. Warte mal, Entschuldigung, bis Gegner kommen. Halt. Ah, okay, müsste immer alle Bände Tasten drücken. Was sind denn die Gegner hinten irgendwo? Ah, ja. Wenn die mehreren Ebenen dadurch auch lustig. Naja. Was ist denn das hier? Signalverschläger. Ja. Okay, wir müssen den hier schützen. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, ich habe gerade so gedacht, Junge. Okay. Der hat da schon gerade so einen kleinen Lag drin gehabt. Ich glaube, das ist doch schon Online-Modus. Da hinten kommt was Großes. Was ist denn was Großes? Was ist das jetzt, Herr? Ausrufezeichen. Hm, nicht schnell. Ah, da kommt irgendwas. Irgendeiner da brennt oder so. Okay, der hat gebrannt. Ah, okay. Sie waren von hier? Ja, ja. Jetzt nur noch. Oh, der pänkt mit dem Meer her. Oh, doch nicht so viel. Oh, doch nicht so viel. Warte mal. Warte mal. Lustig. Da kommt so ein Kackvieh hier raus. Oh, was ist hier los? Was rennt? Oha. Herr Orde, hier oben ist einer. Immer kurz runter. Ja. Bei dem Loot wälzen. Oh, hier kommen sie. Es ist fertig. Der Kommunikationsrepeater hat gestartet. Oha. Hat geklappt. Warte mal, hast du irgendwas rot? So, die Einsatzzone irgendwie. Warte, warte. Wie gibt es die Einsatzzone, die Frage? Ist wahrscheinlich da draußen, die Einsatzzone. Ah, lol. Ja. Ach so, weil du schon rausgekommen bist. Na, da haben wir auch. Ah, der letzte. Haha, geil, Alter. Der hat voll wegge... Nein, da hat er gar nichts zu melden gehabt. Ja. Hier unten ist jemand anderes mit irgendwie. Da mit mich, glaube ich. Ah, der Schipp ist rum. Ah, wir haben jetzt andere Leute nach dem Team. Oh, das ist jetzt ja los. Werden die selben EPs kriegen? Die Frage. Da bin ich. Na, warte mal. Wir sind nämlich schon eine falsche Richtung gelaufen. Ich weiß nicht, ob sie die auch... Ja, sind ja, 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 ja. Das ist halt lustig. Du musst halt einfach so Kill-Kyle und läuft wieder nachher. Interaktieren nach Munition. Ah. Na ja, ja. Dann ist es halt so. Ja, ja, ja. Und... Und jetzt... und jetzt... Nee, das ist ja ... Ja, ja. Ich bin sicher ein bisschen ... Aber, wenn du dann ist ... Ich bin sicher. Ich bin sicher. Entfernt. Das ist ja wirklich ein bisschen wie bei Outriders. Okay, jetzt wird er freigeschaltet oder irgendwas. Oh yeah, komm, raus und raus. Oh lol, wo kommen die alle her? Ich bin gerade zu dir angelaufen. Ich bin gerade zu Herrn Karel. Volgus, ich will hier alle auf die Schmutter ran. Oh, das ist nicht gut. Ich brauche das zu Alpha sofort. Du bist ein Damage, die da. Was ist das? Was ist das? Okay. Ah, okay, das sind vier Missionen. Ich glaube, ich glaube, das ist alles eine Coincidence. Gehen wir uns zum... Outriderboi gehen. Fortschritt 80%. Ah, hier ist Spawn auch immer welche, okay. Ich glaube, es hat nichts zu tun mit dem Guide. Wir werden Antworten haben, wenn wir die Ancestors-Facilität unterscheiden. Es ist zu lange für das. Die Volgus haben die Fasilität umgebracht. Sie sind in der Nähe. Schöne. Wir brauchen Sie, um die Basis zu verabschieden. HQ wird die Richtung der Operation in der meantime. Over and out. Neues Schlachtfeld aktiviert. Gefallenes Theater. Gefallenes Theater. Gefallenes Theater. Warte, warte, warte. Ach, das ist trotzdem alles Kingston oder was? Das ist Kingston, ja. Okay, da können wir das nehmen, dass wir das als Zerstörung machen, die Karte hier. Und dann das nächste auch wieder so durchziehen. Das ist ja eine kleine, knackige Mission. Da können wir das eigentlich so komplett durchballern, weißt du? Oder was denkst du? Wir haben ja jetzt Feldkommunikationszentrum alles schon gemacht. Haben wir gemacht. Verteidigung. Hier haben wir die nächste Mission hier drüben. Da machen wir Kingston. Zerstörung. Gefallenes Theater. Und dann der große Platz. Da haben wir Kingston leer geräumt, denke ich mal. Mhm. Gut, ich denke dann haben wir einen Plan für die nächsten Videos, meine Freunde. Und dann sehen wir uns dort. Wenn euch das Video gefallen hat, abonnieren, liken, nicht vergessen. Bis dahin.